Wenn ich rechts einsteige, bin ich zu Hause. Wenn ich links einsteige, sehe ich meine Familie. Hallo, Papa. Es gibt's doch nicht, Lene. Ich komme heim. Rausi! Schau mit euch! Der Gänz ist doch! Das ist ja wirklich eine schöne Überraschung. Sag, Mama, heim mal. Mama. Sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Willst du Lene mit diesem alten Sack da verkuppeln? Lene, siehst du gerne auf hier, Ankel, seitdem der Gänz da ist. Lene. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Und segne, was du uns beschert hast. Warum bist du gekommen, Gänz? Ich kenne das hier. Alles. Da ist irgendwas. Was ist das? Was ist es? Kannst du dich an die Geschichte mit dem Engel erinnern, ja? Also, 2019. Nein! Nein! Was war wirklich mit Götz? Wem nie durch Liebe Leid geschah, dem wagt auch lieb, durch lieb nie nah. Deine Genichte sind ein richtiger Dreck. Wie bin ich? Sag mir, dass er für mich ist. Erzähl mir, was er mit mir macht. Man wird verwandelt, wenn man hier durchgeht. Einfach so. Bin. 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 Amen.